und damit herzlich willkommen zurück zu super mario run und es geht los mit den schwarzen münzen ich hoffe wir kriegen das ja irgendwie gebacken irgendwie gepackt ich hoffe wir stehen das gemeinsam irgendwie durch aber naja da war schon da war schon der erste fail denn ich habe gesehen die münze war dahinten in der ecke wir müssen das halt schaffen also ich werde nicht aufgeben alle münzen im spiel zusammen nein vergisst es nee ich werde es schaffen ist sie hier drin die ist bestimmt da im fragezeichenblock drin oder ja habe ich doch gewusst kann man da irgendwie an dem fragezeichen ja und das ist ein stern dann dann gib mir doch auch der stadt nein scheiße egal und wenn nur noch zwei münzen hier das müsste machbar sein warte fack okay das ist jetzt ein bisschen äh mario nein und nur noch 16 sekunden fuck was hier war gar keine münze diese timeouts immer das ist ja nicht normal ja welcher wer hat sich das ausgedacht junge diese alter das ist nicht normal hier hoch dann war hier eine münze das ist oh mein gott ich konnte nicht drauf klar immer diese time devs alter was was eine scheiße was eine scheiße was eine scheiße wir wissen hier ist nichts drin Aber wo ist dann die letzte Ah, da oben ist es Okay Ich will eigentlich gar nicht mehr Weil ich gerade feststellen muss, dass die schwarzen Münzen der Untergang ist Naja, sind eher Das ist ja nicht mehr normal, Alter Zweites Level, erste Welt Und die Münzen sind so übelst assi, Alter Aber uns bleibt keine andere Wahl Denn wir müssen es schaffen Ob wir wollen oder nicht Aber das wird eine Qual Ja, hab ich schon was verpasst Ja, hab ich auch schon was verpasst Da kann mir mal einer sagen, wie das funktioniert Okay Okay So, okay, okay Da war jetzt aber keine Münze drin, oder? Ich muss ja ganz kurz zurück und das überprüfen Nein Okay Tatsächlich, ich hab eine verpasst Wo zur Hölle soll die sein? Ich hab doch nichts gesehen Ich konnte aber schon irgendwie denken Irgendwas hast du verpasst So, jetzt Augen offen halten Ah, hier oben Och, wie assi Jetzt hier hoch Und hier runter anscheinend Yo What? Wie würde ich denn das machen? Alles klar Was habt denn ihr geraucht? Meine Fresse Yo, das kann man gleich wieder von vorne machen Ey, diese Münze da unten Oha Jetzt hab ich den Pilz auch noch verpasst Ich hab gar keinen Bock mehr Auf dieses Schwuchteln Mario Ran, man kann Keiner kann's Oder so eine Scheiße, man Das Spiel ist nicht schlecht Aber kein Bock mehr, alter Mario, musst du dich nicht wichtigeren Dingen widmen Als irgendwie Wie will man das denn machen? Alter Nur noch 23 Sekunden Und mir fehlt noch eine schwarze Münze Das ist sehr schön Kann mir einer sagen, wo die ist? Verpasst Wer Kennt's Nichts Verpasst Endlich geschafft Die eine Münze zu holen Und dann verpasst man die letzte Ich Kann gar nicht mehr richtig kompensieren Die ganze Scheiße Weil es einfach unfassbar ist Wir sind im dritten Level der ersten Welt Und ich kann nicht mehr Alter Ey Halt doch dein Maul Ja Halt doch einfach dein Maul Hier funktioniert nichts Was funktionieren soll Nichts What the fuck Bin ich gerade behindert? Ich glaube das Spiel ist gerade verzögert Das reagiert nicht sofort Ich will doch nicht mehr Was ist denn da So eine Scheiße O M G Ich quäle mich hier Durch diese Scheiße Durch Ich hab eigentlich gar kein Bock mehr auf euch Aber ich will es halt Trotzdem zu 100% Dicker Nein Ich glaube ich kriege ein Kind Ich bin jetzt leise Ich komme mit dir gar kein Scheiß mehr Alter Ich konzentriere mich jetzt einfach nur noch Oh warte Nein Wie kann man zur Kacken Auf diesen Scheiß Erst der Assi hier unten Dann der Assi hier oben Ja Ey bitte Kann mich irgendeiner Bitte Ich will nicht mehr Ich möchte ins Krankenhaus Okay Der dritte Assi war ja auch irgendwo oben Ja na klar Spiel Das ist der günstigste Zauzeitpunkt zu lecken Tu dir keinen Zwang an Leck ruhig Ist mir egal Wenn du denkst Das hilft So dritter Assi Oh meine Fresse Ich will nicht mehr Bitte ich will Darf ich das Spiel nicht einfach abfreschen Okay Concentration Durch Freakouts kommt man nicht weit What the fuck Du solltest doch nicht auf den Koopa sprechen Oh Warum macht denn der den Wirbel Dicker Bist du ein behindertes Kind Wo haben sie dich denn aufgetrieben Junge So genau so solltest du das machen Jetzt kommt diese Assi Münze hier unten Komm mir mal einer sagen Wer das gehen soll Jetzt wird nur noch eine Münze Wo auch immer die ist Hier unten Oh mein Gott Lass mich das Leben schaffen 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 Ja Alter what Wir sind einfach bei 14 Minuten angekommen Und ich hab einfach nichts geschissen gekriegt Ja mach ich die letzten Parts einfach 30 Minuten Das ist ja auch nicht so schlimm Ich mach einfach 30 Minuten Kann man ja machen Also um die 30 Minuten Vielleicht so 27, 29 Keine Ahnung Aber Egal Okay Da seh ich schon eine Münze Die asozial ausschaut Hab sie aber Oh das war falsch Alter Jetzt schon wieder so eine asoziale Kicker Habt ihr irgendwie zu viel Haschig Ich tu euch genau was Was habt ihr genommen Was Verdammt Habt ihr genommen Ich Krieg das nicht Ich Jetzt fängt das genauso an Wie in dem vorigen Level Peng 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 Why the hell Bekomm ich diese Münze nicht Ich mach doch nicht falsch Es provoziert so unermesslich Dass die erste schwarze Münze so geschenkt ist Und dir dann das Spiel so auf die Fresse haut Dann What the fuck Okay Okay Jetzt mal ganz ruhig Wie geht das Wie geht das Ja na also Aber mit dem letzten Millimeter Okay 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 Nicht so okay Ich will da nochmal hoch Ich gehe da nochmal zurück Es ist ein nein Wie kann man nur so dumm sein Wie der letzte ist jetzt eine Münze Wie der letzte Block ist eine Münze Ne das ist eine Münze Okay 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 Bowser Du hältst deine Fresse Okay Nein Heute nichts Wo bist du denn die Nummer 1 alter Du kriegst nichts geschissen Wenn man mal auf dich zählt Bist du für nichts zu gebrauchen Und wenn man nicht auf dich zählt Dann schaffst du den heißesten Scheiß Du Du fliegst durch die Galaxie Junge Du gehst in parallele Welten Du bist durch schon die Zeit gereist Und dann kriegst du es nicht hin Ein paar Münzen zu sammeln Du bist nicht die Nummer 1 Du bist ein gottverdammter Loser Nein das will ich nicht nochmal Jetzt kommt das Geisterhaus Wow aber das ist witzig Das Geisterhaus Juhu Ja Ja Wow Ja Ich hab's gesehen Ich hab gerochen dass da eine Münze ist Das ist ja auch irgendwo noch eine Münze Nicht dass die mich jetzt hier verarschen ja okay gut scheiße warum habe ich jetzt so nein ich schwöre ich hasse es wenn man in diese falsche tür geht ich wollte ja überhaupt gar keine tür gehen aber ist egal juckt ja eh kein jetzt haben wir immer mehr zeit ok 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 bis jetzt keine münze verpasst scheiße ich habe reizusten tut mir leid aber ich will auch nur ein mensch da ist eine münze ich sehe es ok Aber warum verstehe ich die Münze nicht? Ah, okay. Jo, läuft bei dir. Alter, wie asozial ist das denn? Nintendo, was zum Fick? Jetzt sagt mir mal, was ihr geraucht habt. Warum spawnt ihr in mir? Warum tut ihr sowas? What the fuck? Ich hab keine Zeit. Nein, ich geb's auf. Dicker Alter. Da, 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 komm. Nein, es tut mir leid. Ich bin so, ich verstehe vieles. Aber wenn man so viel Drogen zu sich nimmt, dass man überkollabiert, dann, 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 ich kann das nicht verstehen. Tut mir leid, da hört's bei mir auf. Das ist nicht so normal. Irgendwas. Ich mein, irgendwas haben die geraucht. Irgendwas. Und wenn die Münzen jetzt schon so abfacken. Wie zur Hölle würde ich mir das dann im Speziallevel der schwarzen Münzen vorstellen? Kann mir das mal einer sagen? Ja, eben. Da gibt's keine Antwort drauf. Weil das übertrieben krank ist. Eher nicht mehr menschlich. Meine Fresse, Alter. Das schafft ja der japsigste Japaner nicht. Da kann ich nur noch lachen. Ich kann da nur noch lachen. What the fuck? Waa? Deko, seht ihr das nicht? Er spohrt einfach 5 Milliarden mal in mir drinne. Was zur Fick habt ihr genommen? Aaaaaah. Da war eine schwarze Münze. What the hell ist da eine schwarze Münze? So übelst random. Aaaaaah. 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 Jetzt muss ich warten bis der Boru da weg ist, Alter. Jetzt. Aaaaaah. Warum zum Teufel spawnen die Buhus dreimal hintereinander in mir drin? Einfach dreimal hintereinander. Oh mein Gott, das war ja wie so ein Schlachtfestival. Da hört es echt bei mir auf. Das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Tut mir leid, aber... Nee, das ist zu viel für mich. Ich pack das nicht mehr. Wenn ich zusammen mit meinem Smartphone sterbe, dann liegt es an dem Spielen. Mhm. Aha. Mhm. Ja, sind wir schon verkackert? Konnte ich mir aber schon denken, dass ich die verkackere. Oh mein Gott. ok ok ja ich weiß aber schon wieder zu machen ist genau das meine ich was sind denn das für münzen das geht langsam echt zu weit alter das ist ja der gipfel da oben wär eine münze gewesen ich hoffe die kugel will ich spawn also respawn ja dankeschön immerhin ist das nicht so assi das gibt es nicht wie kann man das so verscheiden wie kann man das so verkacken ok die würden aus irgendeinem grund nicht geschafft ok leck mich leck mich ich beende den part einfach ist ja schon lang genug und dann hören wir uns das nächste mal vielen dank fürs zusehen und ich möchte eigentlich nicht weitergequält werden aber uns bleibt ja keine andere wahl